hallo und herzlich willkommen zu russland fisch 4 bei densen und zwar bin ich am 16 am kristallsee ihr seht schon waren forelle die hat mir auch noch als trophy gefehlt und ja sie da es hat funktioniert sehr schöner fisch hier zwölf kilo direkt kann sich auf jeden fall sehen lassen der fisch ja angeheitert der boni 100.000 erfahrungspunkte hier insgesamt 217.000 erfahrungspunkte gab es für diesen fisch ganz neues wie ihn gefangen so normalerweise kennt ihr alle dieser stelle hier einfach hier an der landzunge raus spinning und zwar habe ich von das equipped hier genutzt so schaut das hier aus mit der major ganz normale route hier die model one die reicht hierfür aus 17 vorfach daran ja so schaut es aus und zwar mit dem 002 hunter und sie endlich geklappt mit der forelle und zwar mit einer führung stop and go ich habe jetzt hier eine 1 uhr geschwindigkeit 30 5 umdrehungen 1 2 3 4 5 umdrehungen 1 2 3 4 5 umdrehungen und dann gibt es dieses top and go man kann die pausen ein bisschen größer machen zwischendurch sollte man sogar machen weil in den meisten fällen beißt der fisch wenn der köhler absinkt zumindest hier am 16 ist das so sehr häufig man kann auch einfach nur durchziehen aber bei der sewan wie beim kurski auch braucht man sehr viel sehr sehr viel geduld um den fisch halt dann haken zu bekommen aber der kurs geht er kommt auch noch bei mir eigentlich wollte ich in kurski zu waren auch nicht verkehrt kann ich mit leben ja so schaut es aus und nachts könnt ihr hier ganz gut auf quappen gehen die laufen gerade ganz gut kann ich euch auch noch mal das equipped zeigen was ich hier nutze einfach grund montage auch flurverfahrt braucht man normalerweise nicht mal dran machen ein so haken für schwätzen dran oder tauburm halt und dann läuft das aber halt nur nachts ja den drill schneide ich euch wie immer hier rein also die landzunge sie läuft auf jeden fall und und ja nice ding gefällt mir viel viel spaß beim drill bis zum nächsten mal und ja und ja und ja Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.